Müssen wir ganz kurz vielleicht noch über den FC Barcelona sprechen. Heute das erste Mal seit 17 Jahren nicht im Achtelfinale der Champions League. Sie sind nicht nur Bayern München-Fan, sondern auch Fan des Fußballs. Wie beobachtet man das? Von der Mannschaft, wenn man die Mannschaft anschaut, sind ja schon sehr gute Spieler drin. Ich habe das Gefühl, sie können die Intensität nicht gehen, weil die Spieler, die Einzelspieler, technisch ist ja alles da. Philippe war natürlich auch gebeutelt von vielen Verletzungen und keinem Rhythmus. Kann alles sein, aber das sind alles Superspieler vom Technischen, vom Taktischen. Aber sie können diese aktuell scheinbar diese Intensität, die im Spitzenfußball im Moment herrscht, nicht mitgehen und das haben wir uns natürlich auch zunutze gemacht. Deine Musik Bis zum nächsten Mal.